Der Plan Gottes für uns jedem ist wunderbar. Gott will nicht, dass wir uns quälen und dass wir in der Sünde leben. Gott hat uns einen wunderbaren Plan bereitet. Unser Ziel ist auf dieser Erde erstens, dass unser Name dort reinkommt, aber auch in den Plan Gottes reinkommen. Und da werden wir glücklich sein. Wir können vieles, was erreichen in unserem Leben, sehr berühmt werden, viel Geld verdienen. Aber wenn wir in dem Plan Gottes nicht drin sein werden, werden wir immer unzufrieden sein. Wir werden immer innerlich, wir werden leer sein. Irgendwie werden wir uns nie wohlfühlen. So ein Gefühl wird immer sein, mir fehlt was, mir fehlt was. Wahnsinn. Wir beschäftigen uns hier mit so, glaube ich, den tiefsten Fragen der Menschheit. Ich konnte jetzt noch vieles was erzählen. Ich treffe ja weltweit, nicht nur in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion. Ich reise ja sehr viel rum weltweit. Ich treffe verschiedenste, verschiedenste Leute, reiche, berühmte. Und so, wenn wir eins zu eins kommen auf das Gespräch, merkt man, sie sind unzufrieden. Es fehlt ihnen was. Es fehlt ihnen was.